9000 Zuschauer sind im Durchschnitt in der Arena. Können Sie sich erklären, warum das nicht ausverkauft ist meistens? Es gibt manche Menschen, die nicht treu sind. Ich bin treu. Ich halte zu meinen Fahnen. Ich liebe meinen Fahnen. Ich verkaufe meine Playstation. Was wollen wir eine Playstation verkaufen, um mit dem SCB zu sehen? Um ein Ticket zu holen. Verstehst du? Das mache ich gerne. Ich bin treu. Verstehst du? Ich liebe den Fahnen. Es gibt nur einen Fahnen. Das heißt, der SC Badawan. Ne? Checkst du?